Hallo ihr Lieben, heute gibt es von mir mal ein kleines Craft Update und zwar möchte ich euch heute mal alle Karten zeigen, die in der letzten Zeit entstanden sind. Und mit letzter Zeit meine ich eigentlich so die letzten zwei, drei Jahre. Da haben wir zuerst ganz viele Karten mit Stickmotiv, die habe ich für den Online-Shop meiner Mutti gestaltet, manche habe ich auch verschenkt. Wenn ihr sowas sucht, sucht mal nach der Bücherwaage und da findet ihr sicher noch welche. Dann haben wir eine ganze Reihe von Weihnachtskarten, die habe ich für meine Familie gebastelt. Ich konnte ja dieses Jahr wegen Corona keinen besuchen, also hat jeder eine nette Weihnachtspost gekriegt. Und da habe ich die Craft mit reingepackt. Musik 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 Und als letztes seht ihr die ersten von diesem Jahr, die ich zu Geburtstagen gebastelt habe. Und da haben wir zum Beispiel die Monster, wenn ihr die Outlines für die Monster haben wollt, zum Nachbasteln, die findet ihr auf meinem Blog, Link in der Beschreibung. Und dann haben wir auch eine lila Dreifachklappkarte, da wollte ich einfach mal anfangen mit anderen Sachen zu experimentieren. Aber genau, das waren auch schon wieder alle Karten. Es werden noch viele weitere kommen, weil ich habe mir dieses Jahr vorgenommen, sehr viele Karten zu basteln und zu verschicken. Und damit gibt es eigentlich auch nichts mehr zu sagen. Deswegen, ich wünsche euch einen schönen Nachmittag, einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wie man hier das Video guckt. Viel Spaß beim Nachbasteln und inspirieren lassen. Und wir hören uns das nächste Mal. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.